Hey du, willkommen zurück bei Elden Ring. Ich bin hier wieder da. Ich habe ein wenig Problem mit Elko oder Rick. Und vielleicht lege ich lieber das Schild an, was mehr gegen Feuer hilft. Und vielleicht probiere ich mal das mit dem Mehrspiel aus. So, Wunder. Und hinein. Und hier. Und hier. Und hier. Und hier. Und hier. Mangel. Und hier. runter runter Ja, besten Dank. Halbgott zufrei gebracht. So einfach geht das. Ja. Ja. So, nachdem ich jetzt Hilfe bekommen habe, habe ich den geschärft. Ich habe mir den eigentlich totkloppen lassen, aber egal. Egal. Okay. Welchen heiligen Turm ihr besuchen müsst. Okay. Okay. Ja. Und dann sage ich mal, machen wir ein Präuschen. Vielen Dank, dass du dabei warst und wir sehen uns mal wieder. Tschüss. Okay. 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 Okay.